Was bringt dir Gold, wenn du krank bist? Was bringt dir Stolz, wenn er falsch ist? Am Wort, das man bricht, er folgt, der kein Halt warst. Tausend Volt im Arm, wenn die Bierne verkalkt ist. Dein Kopf aus Holz, wenn er auf was fällt. Sich fallen zu lassen, wenn doch niemand sagt, ich halte dich. Liebe zu geben, wenn die Antwort nur Gewalt ist. Sich zu erklären, wenn doch jeder sagt, ich schnall's nicht. Die beste Taktik, wenn du Spaß nicht im Wald triffst. Was bringt ne Fensterfront, wenn man nicht rausblickt? Was bringt ne echte Chance, wenn man sie aufnimmt? Was bringt dein Traum, wenn man ihn nicht mal auslädt? An etwas glauben, wenn nicht drin steht, was draufsteht. Erwachsen sein, wenn das Kind dabei drauf geht. Dein Kinn aus Stahl, wenn der Punch in den Bauch geht. Beste Geschenke, wenn ein Empfänger sagt, ich brauch's nicht. Das auch, wird was sehen, obwohl die Rechnung grad nicht aufgeht. Es kommt immer drauf an, wie man es sieht. Es kommt immer drauf an, wie Roman es dreht. Es kommt immer drauf an, da alles relativ ist. Und weil's zu jedem positiv auch ein Negativ gibt. Es kommt immer drauf an, wie man es sieht. Es kommt immer drauf an, wie Roman es dreht. Es kommt immer drauf an, da alles relativ ist. Und weil's zu jedem positiv auch ein Negativ gibt. Was bringen Gebete, wenn man nicht mal an sich selber glaubt? Was bringt ne Seele, wenn man sie anderen für Geld verkauft? Was bringt ein grüner Daumen, bei dem verbeckten Kraut? Grenzenloser Mut, wenn die Welt gar keine Helden braucht. Was bringt ne harte Hülle, wenn sie... Die Welt geht an. Untertitelung des ZDF, 2020